Hallo und herzlich willkommen bei den Chaoten vom Dienst, ähm, äh, Blup, Hegona, Blutgeber. Wie kann ich? Ich, ich, ganz koordiniert trage ich ihr den Berg ab. Ah ja, genau, und ich gehe ganz koordiniert ohne irgendwas mit meinem Blut wiederholen. Was macht ihr? Ähm, buddeln. Buddeln. Äh, schürfen. Feldvergrößern quasi. Ja, ich muss, äh, auf der einen Seite Richtung Hausweg, Hegona, ähm, pflanzt da mal bitte nichts an. Ich kann da sonst nichts setzen an Erde. Äh, wo? Naja, Richtung Haus. Ja, ich... Richtung unserem Haus. Ja, ja, ich... Weil da steht mir nämlich, ja, da steht mir jetzt nämlich der ganze Mais im Weg. Den, ich kann da jetzt nicht weitermachen. So, ja, wie gesagt, ich musste jetzt, das war die Samen, die ich gesetzt habe vor dem... Ähm, vor der Horden-Nacht. Die habe ich dann noch schnell gesetzt. Beim nächsten Mal ist aber auch die Beeterweiterung fertig und dann lagere ich das Mais eh komplett hier auf diese Seite hier aus. Das ist nämlich das, was ich jetzt gerade vorhabe, das Maisfeld quasi zu machen. Ich mache das jetzt hier mal platt. Ähm, gerade meine ich. Hm. Ich aufrieg gleich im Wasser, glaube ich. Hm. Das ist schlecht. Nein, ich sehe ja, ich sehe ja das Ende vom See schon. Na komm. Das Licht am Ende des Tunnels. Hm. Aber ich bin schon bei minus 6 Grad jetzt. Komm raus da. Ah, es wird wärmer, sehr gut. Oh. Oh. Irgendwas jagt mich hier um. Hey! So! Irgendwo ist hier ein Zombie. Ich höre es auch. Ist der im Wasser oder unter dem... Eine Schreierin. Warte mal. Im Wasser? Ach, da unten wieder, ne? Ja. Setz doch da einfach ein paar Spikes hin. Ja, erstmal können, voll lachen. Da kommt sie wieder. Zack. Jetzt ist sie hier, ne? Jetzt kann ich mich mal ausrüsten. Ähm, wir müssen hier ne Wand hinsetzen. Ach was. Da war noch irgendwo einer. Oh, da ist die Horde schon. Auf der anderen Seite vom Haus. Mhm. Mhm. Verdammt. So. Ach, da ist ja dieser Zombie-Bär. Ah ne, das ist ein normaler... Doch, das ist ein Zombie-Bär. Ja. Ich mach mal jetzt mal Freunde, ja? Okay. Ja, könnte. Ja, der kommt da hoch. Scheiße. Er braucht zwei Schläge. Ähm. War der Zombie-Bär, oder? Ja, ist mein Zombie-Bär. Okay. Aber lass dich beruhigen. Selbst der normale Bär hätte bloß zwei Schläge gebraucht. Ja, ich hab nicht damit gerechnet, dass der da hochkommt. Hast du denn deinen Loot schon gehabt? Ja, ja, natürlich. Ich geh mal jetzt nochmal holen. Wer hat der Kahn? Ja. Der schneit ja schon wieder. Ja, furchtbar, ne? Dann nehm ich lieber den Regen, ey. Da ist schon wieder irgendein Zombie-Anton. Warte bloß noch drauf, dass die Brücke hier drüben auch noch einstürzt. Hm? Na, ich hatte das doch bei der letzten, dass ich dann über die Brücke gelaufen bin, irgendeinem Reh hinterher, und dann ist die Brücke zusammengekracht. Ja. Oder war das in dem anderen Let's Play? Weiß ich nicht mehr. Ich auch nicht. Egal. Schwimm, schwimm. Verdammt. Wow. Ah. Zack, zack. Das ist ja echt anstrengend hier mit den... Ähm. Ja. Ja? Mit dem Schnee. Er hat sowas frustrierendes, ne? Warum? Kalt, Tiefkühlware, schlechtes Essen und so. Ist doch schön. Hier oben bist du krankenschwester. Ja, und tiefgekühlt ist besser. Ne, frisch gekocht ist besser. Ja. Dann geh doch mal Konserven jetzt machen. Ah, da ist ein Hund. Ja, schön. Da komm ich nicht vorbei. Boah, dieser Schnee geht mir tierisch auf die Nüsse. Ne ganze Zeit war da aber nicht. Also, ich weiß immer nicht, ähm, das ist wahrscheinlich random, ne? Ja. Ne, nö, es gibt ja sowas wie Jahreszeiten. Haben wir schon wieder Winter? Mhm. Tja, das Problem ist, der Zombie-Beer ist in der Nähe von meinem Lohn. Kann es sein, dass wir alle 10 Tage einmal Jahreswechsel haben oder so? Kommt das nicht ungefähr hin? Ähm, ich würde jetzt die electrical parts und sowas alles, würde ich jetzt erstmal in die Forgekiste packen, ja? Ne, einfach in die über rechts, also wo die zwei hängen. Da sind doch schon electrical parts und sowas drin. Ach so, okay. Ähm, wie gesagt, ich habe einen 329er Motor für dich, Janis. Ja, sehr gut, dann baue ich jetzt gleich die... äh, den Beton-Mischer. Ja, das ist super, ihr seid schneller als ich. Oh, 26 Mechanical-Parts? So, dann kann ich jetzt hier zumachen, hoffe ich. So, jetzt nehme ich mal Doping-Motor. Mach die Tür zu und sieh! Ich habe noch einen größeren Wende-Radius. Ich habe noch einen größeren Wende-Radius. Ja, Mechanical-Parts. Der 329er Motor, ne? Das war der low-Motor, ne? Ja, das ist der niedrigste. Und wir wetten, bei der nächsten Tour finde ich einen 50er oder sowas. Naja... Ist jetzt egal, verwurstete Ding. Ähm... Eisen... geschmiertes? Bis in der Forge-Gistle. Entmischer... Sacken sind da, schaufeln sind ein paar da. Mach ich jetzt gleich nochmal Dings an. Läuft. Entmischer in der Bergbank. Kannst du zufällig ein bisschen Holz einstecken für mich? Ähm... Ja, habe ich. Mach's einfach da an die Kuss rein, ich nehm's mir dann raus. Na, neben den Motoren ist das... Danke dir! Ja, warte, ich muss gerade noch... Da soll jetzt noch alles hin. Und Deba, hast du dir schon überlegt, wie du unser Horst baust? Ähm, erstmal brauchen wir hier eine Wand. Damit die nicht immer alles unterbuddeln. Aber... Ähm... Ich werd mir im Solo-Play mal was hinsetzen. Und dann guck ich mal, ob das passt. Nein, ich hab mal gedacht, du brauchst einfach zu. Mach ich normalerweise auch. Ja, eben. Und dann ergibt sich das in der Regel. So. Ich hab gerade irgendwo schon wieder den Zombieschlaufen hören. Ja, ich auch. Okay. Ähm... Kommen wir denn momentan noch ohne Maisbrot hin? Weil dann würde ich die... Der Mais, der jetzt gerade noch da ist, nämlich einfach nochmal ummodeln. Ja. Mach das. Ähm... Mit Essen ist okay. Ist nicht schön, aber ist okay. Ich mach jetzt nochmal was. Lass mich da gerade den Mais rausnehmen. Dann kann ich den schon mal umwandeln. Ähm... Das passt schon, Hegona. Wir brauchen der... Wir brauchen ja in erster Linie Samen. Ist ja leider so. Da dran. Ja. Ja. Und notfalls... Ich hab's leider nicht geschafft bis zum Bauern zu kommen, dass wir da... Notfalls haben wir ja auch Yucas noch. Ähm... Das Feld ist auch noch nicht groß genug. Also von daher... Äh... Eck und Eck ist schnell, das wegsehe ich gerade, ne? Wir haben schon noch drei Dosen da. Der lässt ja schon wieder die Tür offen. Der will ein Zombie in meinen Garten. Kann ich zulassen. Können wir... Können wir... Können wir Janis den Schlüssel wegnehmen? Muss auch mal klopfen meiner Rechte. Oh, 22 Uhr. Mhm. So... Dieser. So. Also klarer Fall. Ich glaube wir haben... Zu viel von diesen Chrysanthemen... Äh... Goldenrod. Ich meine ich. Ja. Wir müssen aber nochmal los. Und welche holen? Ne. Zu viele. Also ich hab zu viele angebaut. Ach. Ach doch. Das ist nicht so schlimm. Lässt du jetzt die weg? Also wenn du 10 anbaust, kriegst du ja immer 20 wieder raus. Das ist ja immer... Mindestens. Ja, genau. So. Ich brauch nochmal... Ich hab kein Licht hier. Hm. Wir haben keinen weiteren Bergbauhelm, oder? Ja, wir können einen produzieren. Wir müssen warten, bis Danu kommt. Mhm. Ich stehe gerade auf einem Stein. Mhm. Lass mich raten, erst kalt? Nein. Nicht mehr. Okay. So. Oh, Blueberry Seed ist hier noch. Ja. Eins. Wollte ich mit der nächsten Saat dazu machen, damit ich nicht so einzelne Pflanzen dann da stehen muss. Achso. Da hinten ist der Pria. Okay. Und dann werde ich gleich mal ein bisschen Lehm holen und Stein. Und dann werde ich ein bisschen Popplestone-Dinger bauen hier. Für die Befestigung des Sees. Mhm. Damit die da nicht immer durchkommen. Oh, das nervt. Ähm. Hallo, Licht. Hallo, Deva. Hallo, Deva. Ich rate. Ich rate. Ja. Bin ich dem blöden Zombie jetzt los? Ich dürfte ihn abgekriegt haben. Mhm. Dann kann ich jetzt Loot suchen können. Ich habe bei mir ausnahmsweise gar mal hochgekriegt. Und geht das hier nicht? Sonst würde man im Video jetzt gar nichts mehr sehen. Joa. Doch, okay. Alles gut. Oh, darf ich die Pilze auch ummodeln? Ja, ne? Ja. Ähm, ja. Hast du noch Erde? Wir brauchen sowieso Kartoffeln und alles, wenn wir diesen komischen Gemüse-Eintopf da machen wollen. Wir brauchen Mais, Kartoffeln und Pilze. Verdammt, ich sehe nicht raus. Oh Gott, du hast zwei Pilze für eins. Wow. Mhm. Das ist hart. So, schaufeln, schaufeln. Ja, das ist der zweite Loot, den suche ich ja nicht. Hm. Äh, der Zementmischer wäre fertig. Pack den mal in die Forgekiste. Nee. Stell dir doch einfach neben den zwei Forges. Achso, nee. Ja. Ja. Ja, oh ja, wobei das lassen wir einfach als Crafting-Raum und gut ist, also kannst du ihn einfach aufstellen, oder? Äh, da unten in der Ecke ist auch super, kannst du ihn doch hier neben die Werkbank stellen, oder? Ich hab ihn jetzt eigentlich bloß rausgenommen aus Nutzen, dass die Werkzeuge weiterbauen können. Achso. Ja. Oh, ich hab Durst. Ähm. Hm. Deswegen macht sie hier so einen Alarm. Hm. Lalalala. Wie lange geht die Folge 15 Minuten, das heißt, du musst auf jeden Fall noch da sein. Hm. Ja. Ich mach hier grad tonnenweise Gras weg, in der Hoffnung, dass ich ihn dann finde. Hm. Mäh. Genau. Ach, der Bär ist da hinten, Jochen. Es sind übrigens zwei Bären da. Hm. Der im Haus war nicht ein anderer als der dann draußen. Ja, die lief an mir vorbei. M1 Affenzahn. M1 Affenzahn. Ja, ja, ich sehe was nichts. Äh. Ah. Da ist er. Wo ist er? Aua, Aua, Aua. Bei Hegona. Jetzt wird gleich Nachschub kommen. Hm. Die kommen wahrscheinlich. Ja, die kommen vom Berg oben. Hier, ihn ist drinnen, durch die Tür gerade. Wie geht das denn? Wer hat die Tür nicht zugemacht? Die Tür ist zu, die ist durch die geschlossene Tür gelaufen. Hilfe. Die ist grad durch die geschlossene Tür gelaufen, ja. Wie hat's denn das gemacht? Meine Ahnung, ich hab das aber auch gesehen. Äh. Na doll. Jetzt sind sie drinnen. Okay. Ah. Oh Gott, die kommen hier. Unsinn machen wir hier. Da hinten läuft noch einer Richtung Südosten. Ach, da läuft noch mehr, okay. Ähm, kann es sein, dass die hier rüber gesprungen sind? Nein. Nein, 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 die sind unten rein. Irgendwo ist was offen. Hm. Ich geh jetzt gucken. Hinten ist offen. Oh. Hinten neben der Workbench ist offen. Ja, und ich hab keine Seite mehr. Yay. Muss ich euch jetzt retten kommen? Nö, jetzt kommen wir schon hin. Ähm. Wird ja auch gleich. Ah, ich geh jetzt erst mal runter. Kommt noch ein Vetter unten rein. Wer kommt nach oben, Janis? Vorsicht. Ich geh runter. Er hat dann nur noch zwei HP. Ach, hier ist, ist gar keine, gar keine Tür mehr drin. Ne, die haben sie schon rausgekloppt. Ich baue mal eben eine. Besser als gar keine. Kann ich dir nicht sagen. Gleich ein Pfeil braucht er noch. Oder zwei. Oder auch drei. Mhm. Ja, jetzt ist er immer noch da. Jaaaa. Wie viele Pfeile? Müsst du denn da noch drauf schießen? Ich weiß nicht, was mit dem ist. Betonsombie und so. Jetzt hab ich ne Weini ne Fresse. Ich hab wieder nur noch 10 HP. Ich spawne nochmal. Geh dich ja saufen. Äh, hier fehlen Türen. Ja, ich bin schon am Machen. Haben's zu laut angekloppt, zu fest. Ähm. Der Wind war zu doll, ja. Ähm. Meine Fresse. Für unsympathische Tiere. Ein bisschen, ja. Unsympathische Tiere habe ich hier bei mir. So, ich war jetzt da oben. So. Tür, Tür, Tür. Dann lauf ich jetzt da nach da unten. Okay. Okay. Du reparierst hier alles? Ähm. Ja. Ich brauch erstmal ne Axt und so. Äh. Guck mal. Wenn ich in der Werkzeugkiste müsste in der Workbench was drin sein. Da läuft auch gerade nochmal alles durch. Ja. Ich hab eine gefunden. Und wieder stehen die Türen auf. Äh. Jungs, das ist ganz gut. Äh, Hegona. Echt? Nicht Jungs. Ja. Da möchte ich ganz viel Wert drauflegen. Ihr müsst euch angewöhnen, die Türen zuzumachen. Ach, ist das schön, um Unterstützung zu haben. Ja. Das wäre gut. Ja, Mama. Aber weißt, einmal lass ich die Türen aufmachen und schon mal ganz, gell? Mhm. Aber der hat gemeckert, der selber die Türen offen lässt. Mhm. Da, Haus reparieren. Wie, wie kann man ihn ja nicht dafür strafen? Warte mal. Was muss er denn tun, wenn er die Türen vergisst? Dann. Der muss mit ner 50er Stein Axt, muss er 10.000 Holz machen. Nein, das verschwendet ja selber unsere Ressourcen. Äh, ich hab keinen Cobblestone, die Wände sind auch beschädigt. Mhm. Mhm. Cobblestone hast du in der Kiste über der Fortune, aber ein bisschen was Fertiges. Habe ich vorhin eingeguckt. Ich mach jetzt erstmal die Zombies hier weg. Mhm. Äh, wenn ihr die lootet, ne, dann dürft ihr die gerne auch zerlegen. Ich hab nichts gelootet, ich hab bloß getötet. Ja, ja. Ich wollte das nur noch mal sagen. Jaaaa. Mhm. Ja, deswegen hab ich, ist meine Axt nicht auch beschädigt, die ich eigentlich nie benutze. Ähm, Danu, auf dem Weg, wo du da unten bist, sind da Autos? Ich zerleg grad welche, ja. Hast du noch ne Mensch gefunden, oder was? Ja. War doch klar, dass wenn wir eine herstellen, dass man sie dann findet. Welche Werte hat die? Ist die mehr als 200? 33. Oh, ist ja super für die nächste Werkbank. Mhm. 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 Ey, Nest. Kann mal jemand gucken ob von euch jemand durch Zufall Armbrust gelernt hat? Ich habe das Blutband mit Sicherheit noch nicht gelesen So ok hier muss ich jetzt ach verdammt jetzt kann ich da nicht ran das ist fies Ach ne das ist das ganze Wanderwurde, schön Aber ich habe nicht alle hinter mir glaube ich nein nur die zwei gut Die anderen haben nicht die drei Da ist der Wurde So da muss ich jetzt warten bis dein Mais fertig ist Das geht nicht anders Wir machen das hier Diese Wanderwurde darf gerne an mir vorbeilaufen das sind mir zu viele Oh dieses Sitzen ne? Ja ich sag dir vorbeilaufen Schleicht sich einfach einer an Machen wir schon gern Verroteter Zombie du Da ist noch ein einzelner Zombie Komm her Gleich kopflos Da kann ich nicht durchschießen oder? Doch Hm Gehen wir doch gleich da rein Okay Gehen wir doch jetzt hier weiter? Naja ich versuche das hier irgendwie so ein bisschen zumindest ansatzweise gerade hinzukriegen aber schwierig Irgendwo trug sich ja noch ein Zornbruch Ach klar Komm ich das jetzt drücken an Ach gut Mh 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 Ist das hier einfach nur... Mh 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 Was macht denn Cappy? Kühlt das oder gibt das Wehrhammer? Was steht denn hier? Das kühlt. Wehrmedämmung minus drei Prozent. Sehr schön. Oh, ich bin ja verstrahlt. Was? Was machst du? Ja, ich bin verstrahlt, aber... Sollten wir vielleicht mal irgendwie... Ich glaube, ich strahlt. Wir haben ja gerade einen Antibiotiker, ne? Mhm. Haben wir ja genug von. Ich denke schon, ja. Darf ich jetzt dieses Auto fertig zerlegen? Oder kommt jetzt wieder ein Zombie? Wahrscheinlich? Ih. Brennt der? Ach du Scheiße, ich habe einen Feral, ne? Gippie! Hat seinen Glühstrumpf. Ja, ich wundere mich gerade, warum der Kollege wie so ein aufgeschreckte Tülchen durch die Gegend flitzt. Und ich habe bloß noch... ach du Scheiße, drei Pfeiler. Das ist ungünstig. Vollpfeiler. Hi, der haut mich! Der ist tot, ne? Ach, der soll jetzt keine Ahnung, aber ich meine, ich hole jetzt hier ja auch schon eine ganze Weile jetzt, ne? Ja. Oder? Wie lange? Wie lange geht die Folge schon? Ähm, 29, ja, wir sollten... Oh. Ja, ja. Geht, geht wieder viel schneller. Ja. Na gut, dann, 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 dann sehen wir uns am nächsten Mal wieder. Ja. Wahrscheinlich. Vielleicht. Wenn der Parallel nicht schneller ist. Jetzt ist die Range eh kaputt. Ja, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Hau da rein!